Knapp 90 Ordnungspunkte an nur einem Tag. Der Bundesrat in Berlin hat sich für seine erste Sitzung im neuen Jahr einiges vorgenommen. Zudem stehen Themen auf dem Programm, die zuletzt für viel Aufregung gesorgt haben, wie zum Beispiel die umstrittene Reform des Mietrechts oder höhere Strafen für Falschparker und Radfahrer. Auch über Gentests an Embryonen wird schon jahrelang diskutiert. Seit heute steht fest, die Präimplantationsdiagnostik kommt. Der Bundesrat ist kein Ort lautstärker politischer Debatten. Aber wenn Themen wie Präimplantationsdiagnostik oder Mietrecht auf der Tagesordnung stehen, machen Demonstranten draußen ihre Forderungen deutlich. Drinnen wurde heute ein Thema endgültig beerdigt, das umstrittene Steuerabkommen mit der Schweiz. Zu milde gegenüber Steuersündern finden rot-grün regierte Länder. Weil die Steuerhinterzieher in der Anonymität verbleiben und das geht eigentlich in einem Rechtsstaat nach unserem Verständnis nicht. Es geht nicht, dass die Menschen, die Steuern hinterzogen haben, am Ende eine weiße Weste bekommen und dann noch weniger Steuern zahlen würden, als wären sie ehrliche Steuerzahler gewesen. Dass die Schweizer Kontoinhaber anonym bleiben sollten, hatte die Bundesregierung ebenso akzeptiert, wie niedrige Nachversteuerungssätze ab 20 Prozent. Aber auch das wäre Geld gewesen, sagt ein CDU-Ministerpräsident. Hätten wir dieses Steuerabkommen gemacht, dann hätte alleine Hessen in diesem Jahr 192 Millionen aus der Schweiz bekommen und in der Zukunft jedes Jahr 40 Millionen sicher. Das Geld können wir gut gebrauchen und ich bin sicher, jedes andere Land auch. Die rot-grüne Ländermehrheit lehnte das Steuerabkommen heute ab, aber wird auch in Zukunft heimlich gebrannte CDs mit den Daten von Steuersündern kaufen. Sicher kann sich keiner fühlen.